In ChatGPT gibt es eine Funktion, die anscheinend sehr wenige kennen, die aber schon sehr lange zur Verfügung steht. Du kannst nämlich in ChatGPT die generierten Bilder direkt editieren, ohne dass du sie neu generieren musst. Das hat viele Vorteile. Wie es funktioniert, welche Vorteile das hat, das erzähle ich dir hier in diesem kurzen Video. Mein Name ist Michael Heidkötter und als Business Coach unterstütze ich Selbstständige und Unternehmen dabei, wie sie KI und ChatGPT noch mehr in ihr Business bringen. Für mehr Zeit, für mehr Umsatz und für mehr Kunden. Für mehr Informationen geh einfach auf www.fragmichael.de Bilder in ChatGPT generieren, das kennt ja jeder mithilfe von DALI. Aber es gibt manchmal, dass du ein Bild hast und es wurde ein Text mit drauf gemacht, obwohl du gesagt hast, bitte keinen Text. Wie kriegst du den jetzt wieder weg? Oder du hast ein Bild und es fehlen noch ein paar Details oder möchtest was wegnehmen, willst aber, dass der Charakter des Bildes erhalten bleibt. Also nicht komplett neu generieren. Hier gibt es eine Funktion in ChatGPT und die zeige ich dir, die gibt es schon sehr lange, aber scheint wenige zu kennen. Und neulich, nämlich im Workshop, habe ich mehrmals diese Frage beantwortet und habe ich gedacht, ich mache für dich hier das Video. Also gucken wir uns das an, wie das in ChatGPT geht und vor allen Dingen aussieht. Also schalte einmal um. Hier habe ich schon ein Bild erzeugt mit ChatGPT oder mit DALI. Hier ist, erstelle mir ein fotorealistisches Bild von einem Ritter, der im Sonnenuntergang durch das Wasser geht, im Format 16 zu 9. Das ist jetzt relativ einfacher Prompt, nichts Besonderes. ChatGPT oder DALI macht da sehr viel, wie es möchte. Aber jetzt kann es sein, das gefällt mir ja ganz gut, aber ich möchte Veränderung vornehmen. Wenn du jetzt sagst, bitte neu generieren, wird der Charakter des Bildes quasi komplett neu erzeugt, kann eine ganz andere Stimmung sein. Und dann sagst du, ah, vorher das war aber besser und da wollte ich ja nur ein paar Kleinigkeiten verändern. Wie machst du das? Du klickst hier auf das Foto, das erzeugt ist oder das Bild und kommst in diese Ansicht. Dann hast du hier oben Auswählen. Und wenn du darauf klickst, dann siehst du hier so einen Kreis, das kennst du von normalen Fotobearbeitungsprogrammen oder Bildbearbeitungsprogrammen, wie Canva oder Photoshop und kannst jetzt dementsprechend hier eine Auswahl treffen im Bild. Hier oben kannst du den Kreis kleiner machen, wenn du etwas Kleineres auswählen möchtest oder größer für wirklich eine großflächige Veränderung. Wir lassen das jetzt mal hier etwas in der Mitte. Und jetzt markiere ich einfach den Helm und sage hier, setze dem Ritter einen Cowboyhut auf. Das heißt, er nimmt die Auswahl, weiß, dieser Befehl gilt jetzt für diesen Bereich. Er erzeugt jetzt nicht das gesamte Bild komplett neu, sondern nur dafür. Und jetzt gucken wir mal, ob er das macht. Manchmal funktioniert es gut, manchmal nicht. Du musst es ausprobieren. Die Funktion wird auch noch verbessert, wie alles in der ganzen KI-Welt. Und jetzt schauen wir mal, wie das aussieht. So, das ist das Ergebnis. Du siehst, der Ritter hat jetzt einen Cowboyhut aufgesetzt. Jetzt kannst du noch sagen, zeige mir ein Gesicht für die Markierung. Wenn du das gleiche hier wieder hernimmst, dann auch hier sagst, okay, mach das Visier weg, mach ein Gesicht und so weiter. Also all diese Sachen kannst du jetzt dementsprechend verändern. Du kannst auch, wenn du es etwas anders haben willst, hier hinten eine Ritterburg hinzufügen in den Hintergrund oder ähnliches. Also all das ist möglich. Dann kannst du mit dem X kommst du wieder zurück in deinen Chat und kannst jetzt auch noch hier weiter arbeiten. Du hast aber jetzt hier das Bild in ChatGPT editiert. Kannst hier jetzt dieses mit dem Cowboyhut runterladen, einbauen, was auch immer. Also eine hilfreiche Funktion, noch basic und rudimentär. Aber es wird besser werden. Aber für kleine Sachen, auch gerade wenn Text irgendwo drauf ist, gerade wenn du ein KI-Bild erzeugst oder sagst, mach mal KI im Bereich Dentaltechnik, ist irgendwo immer dieses AI drauf oder Abkürzungen für diese Branche. Und das kannst du markieren. Entferne mir die Buchstaben. Das Bild bleibt und du kannst dann das Bild auch wirklich benutzen, ohne dass dort Schrift drauf ist. Das ist eine Möglichkeit, Bilder zu editieren. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Probier es einfach mal aus. Schreib, ob du diese Funktion schon kanntest oder auch nutzt. Und wenn dir weitere Sachen gefallen, dann verlinke ich dir hier weitere Videos. Und dann freue ich mich auf, dass du dabei bist. Du kannst es teilen, das Video, kommentieren, abonnieren diesen Kanal. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Dein Michael. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.